Moin Leute! Herzlich Willkommen zurück auf NF-Match-Map! Sind wir jetzt hier bei Feld 37 schon, Kollege? Ne mehr. 37 ist doch da. Ach, der ist da. Alles klar. Und der Formel lieber selber. Dies gehöpsel, was du da die ganze Zeit jetzt hier fabriziert hast, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, das ist ja wohl das letzte Gehäppel, was hier rumläuft. Mann, Mann, Mann! Gibt's ausgeklappt? Gut. Im Schubaket hier rin. Der hat jetzt die ganze Zeit gebraucht, bis der hier war, ne? Die speichern. Feld 37. Werden wir noch keinen Ordner haben. Nö, neuer Ordner! Feld 37. Okay. Ähm... Kuh speichern, aktivieren. Dreschen. 7,2 M. Okay, erster Wegpunkt. Du gibst Schubakete. Der kommt zum Hof. Der kommt auch zum Hof. Der fährt zum Händler. Der sät. Er steht eh am Hof rum. Wir müssen eben gucken, wo du hinmast. Äh... Feld 37. Ernten kommt nach Osthaufen. Alles klar. Zählen wir eben hierhin. Äh... Verkauf. Nee, da brauchst du nicht hin. Verkauf Hafen. Osthaufen. Schüttgut. Da fährst du dann hin, ne? Kollege? Aber du könntest hier mal ein Stück gleich auf den Acker fahren. Was ist da eh hinterher? So, der kommt zum Hof. Der kommt zum Hof. Der braucht Dünner. Der ist hier gleich bei der Verhändlerung. Der holt unseren Mischwagen. Wir können das hier schon mal wieder abschließen. Wir können das abschließen. Wir haben kein Gruber. Äh... Wir gehen auf Kühl. Ja, ja, ja. Aber wir brauchen Mischwagen. Wir haben doch genug Gemüse in Silo, ne? Jetzt kommt's, ey. Wir haben kein Stroh. Natürlich, wir haben Stroh, wir haben Heu, wir haben Silage. Ja, das ist ein bisschen knapp. Ja, den können wir noch Abhilfe schaffen, ne? Oh, oh, Kollege. Längsel. Hier steht immer noch mein Ding. Mein, 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 mein Diesel-Trainer. Ja, für schlechte Zeiten, ne? Der war billig. Ich hätte auch in den Sondergebots-Shop mal gucken können, ne? Auf Wieder nicht mehr. Ich vergesse halt immer wieder. So, du fährst jetzt Hufzüge. Hufzüge beladen. Kannst du mir eben hinfahren. Kannst du hin? Er, 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 er sät. Ich brauch du jetzt. Guck mal gleich, wo du hin musst. Eben beladen. Es wird им mehr schlimmer mit diesem... Nichtschalten gehen, ne? Ich will sie mir ganz ehrlich. Es wird ihm erst schlimmer mit diesem... So langsam macht das richtig, meine Liste. So langsam macht das auch manchmal keinen Spaß mehr. Bin ich ja ganz ehrlich, ne? Und wenn das immer da hin und her wuppt und hier und da. Nee, danke. Nee, danke. So, mein kleiner Vordergrund für Stiche. Du kommst hierhin. Du hast ja noch eine Düngemission, ne? Da fährst du mir eben hin. Feld 71. Weil es Klo. Fahr da einfach nur zu Feld 71. Den Rest merken wir, wenn du da bist. Sonst geht das doch wieder hin. Abflug. Das ist ja nicht, er fährt da lang, wo der Ballenbogen ist. Nein, nein, nein. Ach so, müssen wir jetzt den letzten Mal. Guck mal, das fühlt sich hier so langsam, ne? Das ist so schön. Schön, 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 schön. Wir können hier auch mal ein bisschen aufrollen. Vor allem, müssen wir mal Schlepper tanken, ne? Du musst aber leider hier noch wohnen. Du passt da hinten nämlich nicht rein. Das geht leider nicht. So. Aber. Du kannst da weg. Du brauchst da nicht stehen. Ich wollte noch Ostsee spielen. Man. Kein Titoid, man. So, du kommst hier rein, ne? Oh, der wird so langsam ein bisschen lebhafter hier im Hof, ne? Ein Segen. Dann sag ich, joi. Ich hab noch keinen Misthaufen gesetzt, ne? Misthaufen und Gülle putten muss ich noch setzen. Oh, das müssen wir eben noch machen, so. Hab ich ja total vergessen. Warum? Äh, Siegnoerweiterung. Ich hatte ja jetzt so viele Misthaufen. Das ist ein Gülle-Lager, ne? Wat? 65.000 Glocken willst du mir veräppeln, oder wat? Echt? Du kannst mich nur an die Füße lecken. Du kannst mich nur an die Füße lecken. 65.000. Wie kaufst du den halben Laden hier mit? Nee, dann. Kommen wir den dann auch rein gefahren? Aber da ist Tieträger, ne? Dann ist doch nicht so schlimm. Dann können wir den nämlich auch hier hinsetzen. Weil am Tieträger kommen wir auf jeden Fall noch dran. Ne. Das passt mir nämlich echt besser. Aber wir müssen das noch ein bisschen hier verfeinern. Sonst sieht das nicht so schickig feinig aus. Diese. So, dann können wir nämlich hier. Das ist Dreck, ne? Hier so einen alten Weg langmalen. Diese. Und diese. Sieht doch gar nicht. Oh, guck mal. Guck mal, Svenni hat gemalt, ne? Was steht denn da drauf? Wisst ihr das? Ich weiß ja. Ich bin stolz drauf, ne? Ich bin da sogar Mitglied. Ja, das andere habe ich zwar auch stellenweise noch, ne? Da bin ich hier noch richtig. Mitglied. Ja, ist jetzt im Moment ein bisschen Hofbau folgen. Aber das gehört halt dazu. Wenn du den Laden ans Laufen bringen willst, musst du auch mal Hilfe bauen, ne? Das ist wohl so ein Leben. Diese Long Mall. Nicht, dass einer sagt, wir würden da Tino so aus Spaß spielen. Ne, tot ernst ist die Sache. Oh, 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 ich muss meine Maschinen am Laufen halten. Da finde ich zu doll rumtütern. Und das machen wir mal hier so noch. Und da pflanzen wir eben schnell. Schnell. Schnell ist immer relativ. Aufpassen, dass man ein künstlerisches Werk damit zerstören, ne? Hey, ich spiele hier noch über ein Jahr drauf. Ey, da muss er da auch ein bisschen schickig aussehen. Und ja, kommen wir da oben mit hin? Glauben. Die sind auch eine alte Mistplatte, ne? Laufen, ja. Die sind nicht ganz schön verstecken. Nicht, dass der Nachbar die sieht. Der Sprit läuft auch im JCB. Läuft. Ich muss das ja alles so ein bisschen tarnen. Nicht, dass der Uwe das sieht, ne? Ja, der Uwe ist ein richtig vollen Fettin, ne? Das ziehe ich mal hin vor. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, der Onkel kommt gleich dahin. Nicht, dass, was ihr denkt, ne? Das wird ein Opfer nicht. Schick dran, kostet alle Geld, ne? Dann müssen sie gleich noch ein bisschen Kreide aufnehmen, um Tiere zu kaufen. Guck mal, das gefällt mir mir echt gar nicht so uncool. Da sitzen wir. Die sind aber auch so teuer, ne? 800 eine. Richtig Geld, ey. So, das haben wir schon mal schicki feini, oder? Das sieht doch gar nicht so uncool aus. Läuft. Wir müssen jetzt gucken, dass der Laden hier rennt. Die machen wir eben Pause. Guck mal, der ist nämlich da. Das haben wir hier. Keine Quiz. Hallo, ich will heute in der Ostsee spielen hier. Beeil dich mal. Nein, nein, nein. Sven, ey. Kurs speichern, aktivieren. Düngen, ey? Düngen. 42. M. Läuft. Gibt Schubrakete. Aber mach nicht wieder so'n Blödsinn, ne? Da musst du langfahren. Das sieht nicht gut aus. Läuft, 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 Läuft. Premium. Ah, ne, guck mal, hier ist doch. Ne, stell dich mal aus hier. Jetzt auch schon wieder. Ich könnte ja wohl brechen. Ne, wir brauchen Stroh. Mach mal voll. Ich steig mal aus. Wir jumpen hier hinten mal hin. Sag mal, das sieht doch gar nicht so schlecht hier aus, oder? Ich finde das sieht nicht schlecht aus. Mach auf den Laden. Wir brauchen Kühe. So, hier machen wir zu. Und machen wir hier. Oh, wir müssen jetzt Toilers aufnehmen, ne? Das reicht ja gar nicht. Schick, gut. Der ganze Kredit ist schon wieder da. Egal. Mach mal. Ne, geh mal an die Seite drüber. Die geben mir mehr Milch, ne? Reicht gerade so das Geld. Toil. Die ersten Knie. Kuckuck. Ha, ich hab nichts gemerkt. Ich freu mich. Hier im Leben, mein Hof. Ja, das ist immer noch drin. Das kannst du vergessen, Mama. Ich fahr jetzt da mal hin. Jetzt ist es raus. Ja, schön. Ich freu mich. Guck mal, dann kannst du hier so reinfahren zu unseren Kuhstallen, ne? Hier so schwuppdiwupp fährst du hier so ein bisschen der Allee lang, ne? Damit halt nicht jeder sieht, was er hier bewirtschaftet ist. Kannst du hier schick hier vorne reinheizen. Schmeißt hier Stroh rein und der Laden läuft. Guck mal. Wenn das nicht Premium ist, oder? Sag mal. Läuft der Rest hier noch? Ja, das läuft noch. Oh, 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 oh. Kollege, wo fährst du denn da? Das läuft hier bei dir. Wir haben die ersten Kühe hier. Wir kriegen Mist und so. Hier Nahrung formen wir gleich wollen. Kein Stress. So, Abflug. So, liebe Leute. Ich sag jetzt aber erst mal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Dann bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.